Ekliger hat immer so viele ekligen Autos Du willst dich verarschen? Du willst dich verarschen? Einfach mal, Hals tut weh von Lachen, Alter Guck, Sumo 3, Sumo 4, rechts oben das Das ist auf diesem hohen Gebäude da Was ist das machen? Alter, das sieht gleich aus Was ist das? Das ist auf diesem ganz hohen Gebäude da, wo der Helipad, wo das Helipad ist Das ist so lustig Einfach Dennis fett über die Kante Okay, lass mal Riegel machen, Buggies nicht mehr laufen Ey, du musst ehrlich zugehen, das ist doch wirklich unfair Der Buggie ist voll okay, Junge Oder du brauchst so'n, ich glaub es gibt sogar den Monster Truck Ich kann doch mal zwei Runden gewinnen machen Nein, mach mehr, mach sogar mehr machen Das geht nicht Nein Ich kann ja nur 1 und 2 einstellen, bei anderen gehen bis 4 Ey, das ist so fucking lustig So, jetzt kannst du einstellen Ne, hier haben wir nur 1 und 2 Hä? Achso Ja, nochmal zwei Lunden Ja, und man kann ja wiederholen machen Ja komm, los Das ist so geil Du kannst auch feste Fahrzeugklasse machen, wenn du sagst, wir fahren alle mit dem Mini Coopers Könntest du sagen, wir fahren mit dem Mini Coopers Was sollt ihr machen? Lass mich mal überraschen Was ist der Injection? Ich hab keinen Plan Wir haben noch 20 Sekunden Zeit Gelände Ja, hier komm ich in den hier Wett'n, der ist behindert, Alter Vor allem, warum bin ich immer pink oder lila? Was soll denn das? Ich bin orange Scherz Ich bin jetzt Jantans Farbe Ich glaub Jantans ist jetzt, äh, lila Oder pink Was habt ihr? Ich bin gespannt Oh mein Gott, was hab ich? Was ist das? Ey, das ist schon wieder ein Buggy Ich hab so'n FIGHT Warte, 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 warte Warte, 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 warte Warte, warte, warte Warte, warte, warte Warte, 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 warte Warte, warte, warte Warte, warte, warte Warte, warte, warte Warte, warte Warte Notice Warte, wir haben I I I I I That der hat immer so Buggys der gibt mich nicht echt auf die Klasse Buggys oder was? Nein, ich weiß nicht, komm, Geländewagen Die Geländewagen haben besten Grip, Junge Ich hab auch Geländewagen Ich hab dir so einen Stumpser gegeben Beste Werte in Smart, Alter Ich Komm her Nein 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 Ja Juma war nicht von euch gemobbt Das war bad von mir Dennis ist auch fast Juma bist aber voll klein für 3 Leute Man müsste das alle mit dem Smart machen oder so Ja wieso, da spielen meinst du zu 5 drauf Ja Aber mit Smart ist das noch lustiger, weil es einfach Smart ist Weil es ist Smart mit dem Smart So, jetzt mach ich Tryhard Bei Damage Point Ich kann nicht geradeaus über, denkst, äh Wesset Pink Jotan Ich kann nicht über Jotan Deswegen Fick ihn, aber nicht mich Deswegen Ey, das passiert einfach nichts Guck mal, das war hier Nein Ich hab sie getroffen, ich iss Da passiert nichts Ja, unser Burner Dennis, du musst gewinnen Da passiert nichts Da passiert nichts Und er drückt jetzt kein Geheim und Schieb nimmt Nein Du bist Windiger als ich Du bist Windiger als ich Dennis, fahr die ganze Zeit Nimm den Knall Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ich geh jetzt mal pissen Oh ja, das tut weh, Alter Ich bin fast Level ab, nur wegen dieser Mission, Alter Hast du den Salute gesehen? Hast du den Salute gesehen? Fällt mir, das ist so fucking lustig Aber noch mal auf dem oder ein anderes? Ja, ein anderes, das ist glaube ich zu klein Das ist zu klein glaube ich, ja Es gibt noch ganz größere, eigentlich Einfach Einfach Die Autofelverweiter schubst den runter Was ist das? Das ist immer eine Missgeburt, die Autos, Alter Sumo ist auf Vergegenheit, Junge Was gibt's hier noch? Es gibt's auf einer Insel Oh, lass auf Was? Rechts oben? Das haben wir glaube ich gerade gemacht Nee, rechts oben haben wir noch nicht gemacht Lass mal eins Was haben wir dann gemacht? Wir haben noch keins Wir haben eins und vier jetzt Eins und vier haben wir gemacht Mach zwei, drei, fünf Mach zwei, drei, fünf Das ist so fucking lustig Dennis, wie ist der Smart? Panto Okay Wie kannst du mehr als zwei, du glaube ich eins? Vier maximal Ja, vier Mach vier Runden Du kannst das auch, wenn du willst, kannst du uns alle Muscle-Cars fallen lassen und so Nee, lang, lang, hier ist sowieso Ja, da ist groß Hat dieses, das ist ganz so groß oder was? Ja, die ist bis 8 Leute Das ist glaube ich größer, weil zwei bis acht spielt Aber sie ist vier, klar Ja, das ist geil Was ist das? Was ist das? Ist sie? Kein Plan Ich hab keinen Bock auf ein P Was gibt's noch? Gelände Ohhhh Was ist, äh Injection hatte ich schon Bifter Ich probier jetzt den dritten Geländewagen, den ich noch nicht hatte Ich hab einfach so ein pinke Helm an Was ist der Bifter, Junge? Was frag ich mich Was frag ich mich Wetten, das ist nicht englisch, das Auto Oh mein Gott Jawoll, ich hab mal nen Buggy Aber nen anderen, der ist irgendwie anders, der ist ziemlich leer Lol, das ist so die große Ich hab so nen Mini Cooper Ich hab so nen Dings Buggy FIGHT Hä, Junge, der Turbo Oh Ja, die Kettel hat alles Leute, so schnell Wollen wir grad im Kreis, alle? Du bist... Nein Meiner trifft hat die ganze Zeit Ja, mein Nachstecker Lol Oh, voll um den Posten rein, Alter Alter Oh, fuck, fuck, fuck Ja, und der Buggy ist scheiße, Junge Ja, nein, 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 nein Du musst schon pack Autos Du verarschen Oh, ey Willst du mich verarschen? Habe ich gewonnen? Ja, wie... Ich hab's doch verfahren Hätt gewonnen Hätt gewonnen Du hast gewonnen Sieger 1 Ich hab verloren Hä, du willst mich doch verarschen, oder? Ey, Junge, ich hab dich voll weggehauen Ich hab dich voll weggehauen Man, ich hab die so viel schwulen Autos, Mann Der ist ja so Buggy-Klasse, Alter Ey, Dennis lass mich dich einmal anschubsen Für dir zeigen, was genau passt Hast du das gesehen gerade? Oder warst du dann noch Todeskrieg? Ja, Todeskrieg. Vatiata, komm mal her. Du schubst dich auch nicht runter. Ich war in Ernst. Von einer Seite auf die andere rüber geschoben. Guck hier so. Warte. Da hab ich von der Seite gemacht. Ah, jetzt hat der so einen Pfosten. Ja. Ja, ich hattest du hier raus geholt. Guck so. Das war einfach rübergehauen. Kann ich mein Dach wegmachen? Nein, kann ich nicht. Ey, lass mal in den Pool springen. Ey, einfach gar nichts verzieht mit meinem scheiß Auto. Junge, der hat so einen fucking Auspuffen. Ja, genau. Ja! Er fällt gegen Pfosten, dreht sich laut, er hat mich dabei weg. Du willst dich doch verarschen, oder? Warte! Irgendwas Ding hat einen Windkreis von einem Bus. Hoppa. Niedrig als von einem Motorrad. Ja, was ist das für ein Auto? Ja, was ist das für ein Auto? Ja, guck mal wie schnell das dreht. Warte. Das müsste es mit Mutschenbrädern geben, oder so. Das müsste es mit Mutschenbrädern geben, oder so. Die Baggies sind so richtig ekelhaft, Alter. Scheiß Mini Cooper. Mini Cooper, helf's, Alter. Er fliegt nur weg, ich kann nicht schubsen. Ja, guck mal gegen Kirill, Alter. Du fliegst bei dir jedes Mal weg. Er hat dann einfach so, Was hast du eigentlich hier und dann? Ist das der GTR? Der Ungepanzerte. Aber nicht gepanzert. Ja, wenn ich ihn gepanzert hätte, wirst du weggefahren. FIGHT! Leucht! Alter! Nein! Die Mistgeburt! Dennis hat den Rückwärtsgang reingang und ist runtergefahren. Hauptsache Rückwärtsbeschleunigt der WB-Hunter, aber vorwärts nicht. Dennis. Ey, Dennis lass jetzt mal auf die Kette gehen. Ey, ich mein ernst. Meiner ging vorhin, Rückwärtsgang besser. Probiert mal Rückwärtsgang. Meiner geht auch besser, rückwärts, habe ich gerade gemerkt. Ja, dann probier uns mit Rückwärtsgang reinzurammen. Das ist auch voll geil. Und dann sind deine Bremsen auch besser. Aber Dennis gibt voll Gas Rückwärts. Ja. Ja, scheiß mach ich. The fuck! Uh. Jutta, guck mal was für ein Wendekreis das Ding hat. Warte, hier. Ey, das ist ein scheiß Elektroauto. Das ist ein scheiß Elektroauto. Und so wie Dennis fährt, der fährt sich gleich selber. Jutta, guck mal was für ein Wendekreis das Ding hat. Ja. Mimimim, das hat kein Wendekreis. Seht dich auf der Stelle so sieht aus. Fuck, bin aufgefahren. Alter, bist du ein tolles Idiot, Dennis. Ach, tschüss. Ja, genau. Ja, genau. Ey, du bist grad 10 Meter oder so. Ey, du bist grad 10 Meter oder so. Ey, das ist voll lustig. Ey, ich nehm jetzt Sportwagen, okay? Ja, nö. Nimmst du den Sportwagen als Buggy, Alter. Der Buggy ist der Sportwagen. Das hat mir jetzt 1 und das war 4 oder? Nö, ich so 3. War das 3? Das war 3. Das war 3. Lass mal 2 nehmen. Mach mal Enter. Hab ich schon. Hab ich schon. Das geht irgendwie nicht. Nö, ich so weit.